Also ich sage Ihnen das, was wir heute beschlossen haben. Die Kurve ist flacher geworden und wir gehen jetzt in kleineren Schritten voran. In kleineren Schritten, in kleineren Schritten. Vielleicht kann Herr Söder was dazu sagen. Die Bundeskanzlerin hat völlig recht. Deutschland ist besser, Deutschland ist stärker, Deutschland ist sicher, Deutschland ist frei. Warum? Bierfest, Karneval, Bier, Bierfest, Wein oder Bierfest, Karneval, Bierfest, Après-Ski. Wie wird auch so? Richtig ist äußerste Vorsicht. Das wird um äußerste Vorsicht. Corona. Richtig ist, dass wir mitmachen, mitmachen, mit, mit, mitmachen, mitmachen und äußerste Vorsicht. Ja, Fazit. Wir gehen in kleineren Schritten, in kleineren Schritten, in kleineren Schritten voran. Die Cholora. Wir gehen in kleineren Schritten, in kleineren Schritten, in kleineren Schritten voran. Die Philosophie muss laufen. Wir gehen in kleineren Schritten, in kleineren Schritten, in kleineren Schritten voran. In Schritten. Wir gehen in kleineren Schritten, in kleineren Schritten, in kleineren Schritten voran. In kleineren Schritten in kleineren Schritten, in kleineren Schritten, in bo Britannien, gehen von kleineren Schritten in kleineren Schritten. 1,3 das ist dann ein Mittelwert, aber das ist ungefähr 5. Untertitelung. BR 2018